hallo und servus liebe zuschauer willkommen beim heutigen video heute nehme ich euch mit wieder auf ein paar spannende trails die doch schon die ruppigsten hier in meiner gegend sind und ich wünsche euch viel spaß dabei also auf geht's zum ersten trail der weg zum besagten trail führte mich wortwörtlich über stock und stein und durch wege wo es echt schon so zugewachsen war und gerade in dem moment wo ich dachte jetzt ist es vorbei sehe ich das hier und das war nicht nur eine kurze strecke der weg mit diesem schlamm hat sich in die länge gezogen und ich habe mich da durchgequält und bin gerutscht teilweise wie auf eis oder schnee alter das ist doch nach einer guten halben stunde war ich dann endlich beim ersten trail angelangt der wieder an heiden spaß gemacht hat das ist ja jetzt mit dem ladybike ist doch saugut anstrengend hier hoch zu fahren natürlich wenn man selber eine hohe trittfrequenz hält ich versuche die gerade so bei ca 80 rum zu halten und das ist echt anstrengend aber der anstieg hier lohnt sich allemal erstens für die aussicht und zweitens für den geilen trail der darauf folgt und immer wieder klettern also heute haben wir echt eine abenteuer tour hier ist das nicht mal geil ist das nicht mal geil so jetzt kommt gleich das üble stück es fängt an ich hätte da reinfahren müssen ich bin jetzt hier so quer gekommen nicht die optimale line hier kannst du vergessen hier ist so das machbare stück aber das hat mir gerade nicht gefallen wie ich hier gefahren bin alter das ist so krank steil du noch dämpfer zu ne klassiker diesmal diesmal yes okay oh eigentlich hatte ich ja geplant eine außenaufnahme zu machen hier vom trail aber ganz ehrlich ich muss sagen ich bin so froh die ganze zeit mal wieder hoch zu laufen hoch zu schieben und alter das ist so eine heiden arbeit ich will lieber fahrrad fahren und nicht laufen und schieben von fahr ich das war eine secret line alter geil ja liebe zuschauer das war es dann erstmal doch heute von mir ich mache mache mich auf den weg nach hause genau fahre noch ein schönen bisschen durch die felder genießen noch ein bisschen das schöne wetter auf dem weg und hiermit kommen wir auch zu meiner endcard könnt ihr meinen kanal abonnieren oder weitere videos anschauen und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal also macht's gut leute haut rein und ciao